Ohne High-Costume du auf der Start-Hand? Hm, kann ich auch so machen. Ja, ich bleibe bei der Hand, Tatsache. Ich probier's mal. Ich hab jetzt gesagt, ich hab keine High-Cost auf der Start-Hand. Muss man mal schauen. Okay. Willst du First oder Second? Äh... Ich gehst jetzt Second. Du gehst jetzt Second? Deiner. Deiner. Ich hab leider keinen Brand, nur einen Typen. Fünf Life? Sechs. Perfekt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh Gott, das ist eine Katastrophe. Ich würde... Ich Bottom Deck. Überall am Sechsten? Oh. Bottom Deck. Deiner. So, let's go, Leute. Kommt. Ich geh mit fünf auf Life. Ich gebe dir dafür ein Tukey. Und dann geh ich mit vier mit Cousin rein. Okay. Ganz danach. Bester Mann. Ja, wenn man Zicken lässt, naja, das ist schon ein Vorteil. Dann würde ich mal sagen... Handkarten machst du? Sechs. Okay. Dann möchte ich das so machen. Willst du Problem ausspielen? Nein. Vier. Ich spiele ihn aus. Effekt. Ah. Ich spiele ihn aus. Effekt. Auf die Hand zurück. Du musst Handkarten abschmeißen. Crash. Hm. Schwierig. Nee, du musst Bottom Deck. Ach so, Bottom Deck. Du musst Bottom Deck. Ich Bottom Deck wieder für... Muss ich dir zeigen, ne? Oder nee? Nein. Alles klar. Ich muss da überlegen. Dann Lieder-Effekt. Weil wir es weggebohnt ist, kriege ich ein Drawer. Dann gehe ich mit 5 rein in den Life. Mhm. Ja. Das take ich. Dann nochmal 5 Life. Das ist jetzt. Dann ist dein. Gehe ich mit... 5 auf Life. Minus 4 auf Jinbei. Mhm. Mhm. Gehe ich mit 6 auf Dauphin. Mhm. Mhm. Und dann für 5 Gar. Gar. Effekt. Crash. Okay. Okay. Dann ist das mal. Okay. Jetzt kommt das Schätze rein. Mhm. Mhm. Ich gehe mit 7 auf Cousin. Mhm. Ja. 8 auf Cousin. Entschuldigung. Ja. Dann gebe ich mir minus 1. Oh. Fuck. Vergessen. Vergessen, ne? Ja, ich hab's vergessen. Vergessen viele Leute. Ja, ich hab's vergessen. Ja, das ist schon miese. Der Lieder-Effekt. Ich hab's vergessen. Ja, das ist schon miese. Der Lieder-Effekt. Gehe ich mit. 7 live. Minus 4 auf Ruhe. Nehm ich. Gottlöscher Trio. Ja. 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 Das kann nicht wahr sein. Ja. Ich hab's vergessen. Für meinen Missplay auch noch mit Longboy. Ja. Groog und Chissian Riva. Ja. Oha. Dann gehe ich mit 6 auf live. Ja. 6 auf live. Gib dir ein 2k. Und dann spiel ich für 2 brand new. Ja. Jetzt eingeladen, komm. Schade. Nehm ich mir eine Borsa. Und dann. Draw. Egal. Du hast ja auch noch zum Removen da. Ist ja auch gut. Okay. 8 live. Nehm ich. Country. 6 Bohr. Target. Freeze Design. Also. Ja. Kannst mit ihm nicht mehr angreifen. Mhm. Ja. Im Moment sind das. Ja. 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 Und da ist ja auch mal so. Dann mit 6 Aufschlag. Ist okay. Das kommt gerade. So. Auch wieder Risky, ne? Dann hätte ich jetzt den... Oh, ne, der kann den okay holen. Kommt noch eine Brand, ne? So. Wollen wir es meinen? Yes, Sir. Okay. Dann mache ich folgendes. 14. Keine. Target. E2. Auf die Hand zurück. Lidl. Er kriegt einen Draw. Mhm. Dann gehe ich für 5 auf Brandon. Ja. Ist okay. Und 8 in Life. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. Gesundheit. Danke. 3. 4. 5. 3. 9. 9. 10. 10. 12. Dann mit 10 auf Bohr, 2k, 1k, ok, 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 ok. 7 live, 2k, 1k, 8 live, nehm ich, 12 live, 6, ja, dann für 4, Moira Effekt, nehmen wir den 2k, dann für 4, Moira, 1k, ok, jetzt weißt du ja was meine Handöse ist. Wow. Wow. Okay, interesting. Okay. 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 Hmm. Husten hat ein Problem. Mm-hmm. Das war's für heute. Anker, 4, 8 live, nehm ich Kein Tracker 8 live Was noch wie viel wird uns hoffen? 4 9 9 live Lockish, effekten wir uns an Dann nochmal 12 live Lockish? Nein 9 2 3 5 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 6 6 6 6 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 Das ist es. Ich muss jetzt noch ein bisschen, ne, okay, ich spiel's nix aus, oder? Spiel Spaß aus, das sieht mal so, ne, ich spiel nix aus, ne, nein, doch, Nussler, Fetch Karten. Das ist ein 3-Blocker, Junge, 10 live, 10 live, jetzt ist das Game Over. Ich hab den Turkelkaker gebraucht. Ok, leider. Schau, schau. Oh mein Gott, das ist gut. Gucken wir mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3, 4. Pass. Sechs mehr Seif. Sechs. Du hast eine Funke. Okay. Ich habe eine Funke. Ich bin ein Faschigi. Ein Snanger. Ein Karten. Sechs. Effekt. Faschigi. 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 Der Law ist schon geil eigentlich. Aber für vier Hardcars ist das halt Müll. Ja, willst du das eher mit Gin Bay machen? Faschigi. Sechs noch vielleicht. Ist okay. Faschigi. 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 Okay. Faschigi. Faschig. 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 Bochen. will ich hier sein. Vier auf der Ski. Fünf live. Mal fünf live. Sengoku Army, Junge. Jo, Alter. Was ist Sengoku? Sengoku? Jo. Dann nochmal Sengoku? Ja. Okay. Ja. Kusan. Ja. Drei Shuraya. Okay. Okay. Sieben. Gravity Blades. Gravity Blades auf die zwei. Kann keine drawen, weil ich sechs Karten auf der Hand habe. Ich hätte da nur was anderes ausspielen können, aber das blöd ich nicht. Da, brand new. Okay. Ja. Good life. Okay. Kleiner. Das ist irgendwie ein Strangers Game. Mhm. Das ist auch. Ich sehe meine Big Units nicht, du siehst nichts. Mhm. 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 So wie schaß, ich klicke es auf den Sengro-Kotter auf den Sengro-Kotter. Was ist da? Fünf Live Lock ich Zehn Kai, du hast drei oder weniger gesehen. Kann ich vier Karten ziehen? Mhm Das ist verrückt Alter Scheiße mit ihr noch nie so viele Handkarten Sechs in Live Bist du okay? Ja Neun Live Mhm Kein Trigger Schießt die Kai da Jo So Da Okay Auuuutsch Fünf Live Sechs Du kommst ja gleich auf die Hand Ja Sonst dann Hm Hm Und Mh Okay. Perfekt. Zum ausspielen. Brand new. Druck. Perfekt. Würde ich eben auch ein? Aufregen. Nein, nein, nein. Ah, ich hab noch einen Life. 4, 7, 9, 10. Sieben, Life. Ist recht okay. Hier geht's. Ankern. 6. Ich baunze. Ich baunze. Ich baunze. Die 2 zurück. Na ja, klar. Ne, warte, ich kann keinen 3-Post. Äh, 4-Post. Die 2. Dieses Zeug braunze. Die Defection. 5 Life. 6. Ja. Was du hier noch auf jedes Mal hast. Du hättest ja Drawer, ne? Ich hab halt viel besseren Drawer als du. Ich kann auch noch mal blaunzen. Ach, krass. Ich hab's nicht gesehen. Ich kann auch noch mal blaunzen. Ich hab's nicht gesehen. Ach, krassene Wiener. Ach, krassene Wiener. Ich hab's nicht gesehen. Kannst du uns das nochmal? Handkappen... genug! Done. Okay. 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 That is what they need. How far are you now? I need to get it. Where are you going, Josh? Do I? Uh-huh. Alright. Oh, they do. They will. Ahh. See you, Josh. Cool. I don't want to use the stick. Not, like, not when you're trying to use the stick. That's literally not the same. Okay. Yeah, cool. Yeah, sure. Lead effect for a punk card and get a draw. Five life. Six. 12 life. Okay. 12 life. I'll take... Deine. 200 life. 11 life. 9 life. Vlog ish. drove us to serve as well. So, one kiss. So, I'd be surprised if we didn't get it. So, if we can stall them out, we can't. Yeah. I mean, they're not multi-blade. Yeah, come, let's go to the next game, man. It's not normal, man. This bad bouncing. It's so funny.